Hi gut wie hier ist wieder Donnie und willkommen zu neuem Solo Queue Match ist schon eine Weile her bin auch aus der Übung 3 gegen 3 was haben wir denn das ist also ich bin Hunter und PM Hunter kann sich angucken SV ok gut so wie es aussieht ich würde jetzt einfach mal so man geht auf den Monk weil jeder und so kriegt ja mehr da habt ihr in meinem Air Rating und so weiter wie gesagt ich bin da aus der Übung also jetzt nicht viel erwarten so komm mal her stand ich das war nicht so ich bin noch hart am kämpfen da ist dann ein Monk der Pants ab mal gucken dass ich irgendwie wegkomme da sind ein Mäuse lang dann dann das war der höchste höchste der mich ja 600k so was gehen wir ich hab jetzt keine ahnung ich müsste man glaube ich ich müsste man morgen wieder gehen ist halt es war gesagt hat auch nichts der hunter eben auch nichts gesagt das ist natürlich wieder super kommunikation meistens ein bisschen info hat der sv wird sowieso die ganze zeit äh entrappen shit palestrani bobbin schweb engines Schau mal. Und da, Phantastan. So jetzt kommen wir da drauf. Ich bin auch gerade selbst mit unserer Frau der Palästin Wobeneinander genau, auch die Idee Wir werden doch vielleicht auf den Hunter gehen sollen Auf der anderen Seite, der geht weg, huckt sich zu unserem Heiler Boah, ich weiß halt auch nicht, wenn ich der denn das den einen kann 1, 2 Da wird es wahrscheinlich auf den Warrior hinauslaufen, hm 703, das ist geil Das ist der härteste Eingriff Ich kann halt nichts töten, ne Ja Ah, da hat ich noch Klo Stimmt schon Die Palästin Cheers Hier den raus Warte Der wird gleich sterben Ich muss den Hunter jetzt einfach mal Boah Blinded Palipaten Stun Jetzt gibt es aber Damage hier Boah ich will Damage nehmen Es stoppt aber Da ist er down Boah das ist eine knappe Oh guck mal hier 630k 57 600k noch Schade ist mir 900k Grit gewesen Es gibt nur noch einen Ball Nur noch Open Ball Was jetzt hier haben wir jetzt mehr auf der Seite Vom MMR Was ist das eigentlich also müsste ich eigentlich nur wenn ich 3-3 spiele Ich bin halt so ich weiß jetzt nicht so Boah 3-3 ist so die Sache das reicht eigentlich Oh nice Blästern Einfusion Nee Cool Ja Ach, das wusste ich gar nicht. Ah, Legsweep. Komm her. Fisch. Re-Stun. Barrier ist noch da. Ah, fuck. Jetzt aber. Komm. Schaubelein-Buff. Kann ich nicht holen. Das Switch-O-Hit-Fisch ist jetzt gut da in line. Das war keine gute Idee, wieso Moil zurück. Jetzt hat er verloren. Das war knapp. Das war doch irgendwie knapp. Die... Ich glaube, ein Trink mit dem Oli habe ich noch, oder? Bis es hier bleibt. 400k Kids Kostokat Der war ein Stormlight sogar mehr Damage gemacht Ich habe kaum was rum, alles irgendwie Damage wird er Ah, Schilde, klar Ich bin der Blödsinn, wie ein Priest dabei Das ganze wahrscheinlich Die Waschmaschinen, die können ja gar nicht ignorieren Ich bin der Blödsinn, das ist sehr schön Abwählen Oh, Wechsel Was haben wir noch richtig los, wenn der Mug verlass Mal sehen Schwabbeln Der war aber close Jetzt stirbt er aber Oh, ey Das war close Guck mal hier, 660k Ah, Crit Oh, Schick Ich mach mal SV Ich mach mal SV Ich mach mal SV Weil Mung ist, der wird eh die ganze Zeit an uns kleben Und so haben wir vielleicht eine Chance Weil SV ist halt scheiße Er überlebt hat auch jeden scheiß Gefühl Wie der Name sagt Ich mach mal Ich bin einfach mal gelegt nasty When you are This will be fine There's a long This is Malang Das ist nicht so nett. Deterrents war es schon mal. Wir haben Leben geraden. Kiel. Ring of Peace. Explosive Shot. Explosive Shot. Explosive Shot. Oh, leck mich am Ärmel. Ja, aber trotzdem. War doch... ...Vereinfurchtsrating mehr, oder? Ja. Was habe ich denn jetzt an Rating? Oh, 1700. So, Damage Breakdown. Gerade durch, dann gehe ich zu meiner Waschmaschine. Hehehe. So. Die in Weißigen rieche ich jetzt einfach. Beziehungsweise, komm. Ich mache einfach mal schnell ab. Ausweitsbrat von eben. Ja, ich meine, Damage overall hat man ja gesehen. Nein. Es passt, wenn ich da halt ein bisschen connecten kann. So ist es nicht, aber... Ja, ist halt der Rest so. 824. Schicker Crit. Aber am Ende ist der Worry halt gestorben durch Touch of Karma. Nein, nicht... Touch of Death. Da bin ich immer noch so, um überlegen, ob ich da wirklich mit spielen soll. Irgendwie... ...Gefühl kommt da bei mir nichts rum. Aber gucken wir mal overall. Es taucht hier nicht mehr auf. Jetzt kommt es nicht wieder raus. Es ist halt 500k. Es sind 29... Es ist eigentlich nicht wenig, aber selbst die Weihe macht mehr. Es ist aber wieder ein Hardhitter. Muss ich mal gucken, was ist hier. Aber so drüber schauen, ja. Passt. Ach, es sind ja 34. Ah, ne. Hunter. Non-Crit, ja. Ah, ich weiß auch nicht. Könnte alles höher sein. Könnte alles höher sein. Tja. Aber so ist es halt. Das habe ich eigentlich geheilt. Knapp 53. Spiele ist auch nicht viel. Ich spiele damit am meisten sogar sehr viel. Ich glaube, das ist ich. Das ist ausgeglichen. Kein hoher Crit. Aber ich habe auch nicht viel geheilt. Das habe ich in 8 Wirkungen. Das ist ja auch nichts. Livestill. Ah, das wird... Das hier wird wegfallen. Beim nächsten... Beim nächsten Patch. Ja, gut. Dann wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. In diesem Sinne. Tschüss. 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 Tschüss.